Was ist das jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Fight Club! Alter! Fight Club? Alter, ist ja geil! Dann werden wir uns jetzt gegenseitig auf die Fresse holen, oder was? Du sagst doch, die ist cool, die Mission. Ja, nicht gegenseitig, den anderen. Achso, wir kloppen uns nicht gegenseitig. Hallo, Yeo. Äh, hallo! Oh man, Alter, ich bin der Super! So, in drei Minuten müssen wir fertig sein, das sollen wir doch schaffen, oder? Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Erstmal müssen wir, glaube ich, kleinen kaprieren, bevor er kommt. Ah, so. Ja, bam, Alter! Das ist so Porno. Hast die alle weggemacht jetzt? Da oben sind noch welche. Na klar habe ich die weggemacht. Aber am einfachsten war es mit den Dingern hier. Na, ich will ja diese Power-Moves machen, wirst du? Oh, ich, äh, ich habe ja auch diesen Stampfer. Ja, Kinesis am leichtesten. Ja, du hast ihn mir weggenommen. Oh. So, kommen jetzt die nächsten, ja? Oh, Burning Man! Au! Aua! Ich muss, ich muss... Ja, natürlich erstmal in die Scheiße rein. Alter, ich sehe gar nicht mehr durch hier, bei der ganzen Scheiße hier. Easy. So. Wo sind die ganzen Mann? Ich bin irgendwie ein bisschen... Kann ich die jetzt... Gar nicht mit den, mit den, äh, Super-Moves hier tot machen? Also hier so rennen und... Also pass auf, äh, mach ich das anders. Wow! Stage 2 complete. So, pass auf, weiter jetzt. Was ist das für Einer? Der Boss. Ach, das ist der Boss? Wiii! Aua, wer hat denn jetzt auf mich geschmissen? Oh, warum kann ich den nicht... Warum kann ich den nicht... Aua! Die wollen mich ein bisschen ärgern, die Mann. Ach, wer schmeißt den da auf mich die ganze Zeit? Ja, hier, der Super-Boss. Ja, ja, guck mal, zwischen die Brüste! Zwischen die Brüste, Fight Club-mäßig. Was ist mit dem jetzt, äh? Aua! Warum blinkt denn der so? Guck mal, so macht man wichtige Moves. Er tritt nochmal nach, ey. Na ja. Fight Club, yeah! Geschafft, man! Guck mal, wie ich da rumzapple. Ich bin so ein geiler Fighter. Fight Club hätte ich eigentlich machen müssen. So, ja, das war's. So.